F1 Konstrukteurswertung 2024 Formel 1. Die Konstrukteurswertung 2024 wird ohne Zweifel ein spannendes Thema in der Welt der Formel 1 sein. Diese Wertung spiegelt nicht nur die individuellen Erfolge der Fahrer wider, sondern ist auch ein wesentlicher Indikator für die Gesamtleistung der Teams. In der kommenden Saison wird man besonders beobachten können, wie sich innovative Technologien und Strategien in der Konstrukteurswertung niederschlagen. Das Rennauto eines Teams ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, Entwicklung und harter Arbeit und die Konstrukteurswertung honoriert genau diesen kollektiven Einsatz. Im Jahr 2024 könnten die bestehenden Kräfteverhältnisse in der Formel 1 eine entscheidende Wendung nehmen. Teams wie Red Bull, Mercedes und Ferrari haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht nur starke Fahrer in ihren Reihen haben, sondern auch über hervorragendes technisches Know-how verfügen, um konkurrenzfähige Autos zu entwickeln. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Neue Teams und aufstrebende Konstrukteure werden versuchen, ihre Rivalen zu überholen, indem sie neue Techniken und Strategien einführen. Es wird interessant sein zu sehen, ob Teams, die zuletzt nicht im Spitzenfeld waren, sich im Laufe der Saison verbessern können und in der Konstrukteurswertung aufsteigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Konstrukteurswertung 2024 ist die Rolle der Motorenentwicklung. Die Powerunits der verschiedenen Teams werden ein entscheidender Faktor für den Erfolg sein. Hersteller wie Mercedes und Ferrari haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage sind, extrem leistungsstarke und zugleich zuverlässige Motoren zu entwickeln. Allerdings sind auch andere Hersteller, darunter Honda und Renault, bestrebt, ihre Technologie weiter zu verbessern und konkurrenzfähig zu bleiben. Das Team, das schließlich die beste Balance zwischen Leistung und Zuverlässigkeit findet, wird wahrscheinlich einen klaren Vorteil in der Konstrukteurswertung haben. Die Strategien der Teams in Bezug auf Boxenstops, Reifenmanagement und Renntaktiken werden ebenfalls von zentraler Bedeutung sein. Im intensiven Wettbewerb um Punkte sind jede Sekunde und jede Entscheidung entscheidend. Und Teams, die hier nicht optimal vorbereitet sind, könnten schnell ins Hintertreffen geraten. Die Renningenjöre und Strategen von Teams werden unter enormem Druck stehen, die besten Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, während sie gleichzeitig die Daten ihrer Fahrer analysieren und auf wechselnde Bedingungen reagieren müssen. Mit dem fortschreitenden Trend zur Nachhaltigkeit in der Formel 1 spielt auch die Umweltfreundlichkeit der Autos eine zunehmend wichtige Rolle. Teams sind gefordert, innovative Lösungen zu finden, die nicht nur leistungsstark sind, sondern auch umweltbewusst eingesetzt werden können. Dies könnte Auswirkungen auf die Konstrukteurswertung haben, da Teams, die in der Lage sind, die Anforderungen an neue, umweltfreundlichere Technologien zu erfüllen, möglicherweise einige Bonuspunkte erhalten. Die Konstrukteurswertung 2024 wird, wie in jeder Saison, ein spannendes Rennen um Ruhm und Ehre sein, aber auch um die finanzielle Unterstützung der Hersteller. Teams, die im oberen Bereich der Tabelle abschneiden, sichern sich nicht nur die Anerkennung, sondern auch lukrative Sponsorenverträge und eine stabilere finanzielle Grundlage für zukünftige Entwicklungen. Schließlich ist die Konstrukteurswertung nicht nur eine Zahl, sondern ein Maß für den Gesamterfolg, der die Teamarbeit, die Technologie, die Strategie und das Engagement aller Beteiligten würdigt. In diesem Sinne wird 2024 ein Jahr voller Herausforderungen, Entbehrungen und Erfolge sein und die Konstrukteurswertung wird als zentrales Element im Fokus stehen. In der Welt der Formel 1 ist das Punktesystem ein zentraler Bestandteil der Meisterschaft und beginnt mit den einzelnen Rennen, in denen die Teams Punkte sammeln, basierend auf den Platzierungen ihrer Fahrer. Dieses System ist nicht nur ein Anreiz für die Fahrer, sondern auch für die Teams, die hinter diesen Rennfahrern stehen. Die Konstrukteurswertung ist eine Auswertung, die direkt aus den Einzelplatzierungen der Fahrer abgeleitet wird. Jedes Rennen bietet Teams die Möglichkeit, ihre Position in der Gesamtwertung zu verbessern, was sowohl strategische als auch wirtschaftliche Implikationen hat. Das Punktesystem in der Formel 1 sieht vor, dass die ersten zehn Fahrer, die das Rennen beenden, Punkte erhalten. Hier ist die Übersetzung auf Deutsch. Diese Punkte werden entsprechend ihrer Platzierungen vergeben. Der Sieger erhält 25 Punkte, der Zweitplatzierte 18 Punkte und so weiter bis zum zehnten der Einspunkt erhält. Diese Struktur bedeutet, dass jede Platzierung, die ein Fahrer auf der Strecke erringt, von großer Bedeutung ist. Teams müssen daher sicherstellen, dass ihre Fahrer nicht nur sportliches Geschick zeigen, sondern auch die strategischen Entscheidungen der Boxen-Crews und Ingenieure am Rennwochenende optimal umsetzen. Die Strategie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, in einem Rennen Punkte zu sammeln. Die Wahl des richtigen Reifenmischens, die Zeitpunkte für Boxenstops und die Reaktion auf sich verändernde Witterungsbedingungen – all diese Elemente müssen harmonisch zusammenarbeiten. Fehler können nicht nur die Platzierung eines Fahrers gefährden, sondern auch die Punkteausbeute des gesamten Teams. Selbst ein Safety-Car-Einsatz oder technische Probleme können dazu führen, dass ein Rennen ganz anders verläuft, als es ursprünglich geplant war. In solchen Momenten wird die Stärke eines Teams sichtbar, wie flexibel es auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren kann. Ein weiterer Aspekt, der die Punktevergabe beeinflusst, sind die Regelungen bezüglich Strafen. Wenn Fahrer gegen die Rennregeln verstoßen, sei es durch überholen unter gelben Flaggen oder andere Verstöße, können sie Zeitstrafen oder Positionen im Rennen verlieren. Diese Strafen wirken sich nicht nur auf die Platzierung des betreffenden Fahrers aus, sondern sie schmälern auch die Punkte, die ein Team in der Gesamtwertung sammeln kann. Genau hier wird der Druck auf die Fahrer und die Teams immens. Die gesammelten Punkte über die gesamte Saison hinweg bestimmen letztlich die Platzierung eines Teams in der Konstrukteurswertung. Ein gutes Team erkennt, dass beständige Leistung und Koordination über die gesamte Saison hinweg entscheidend sind. Teams setzen oft auf zwei starke Fahrer, die sich gegenseitig unterstützen sollten, um maximale Punkte aus jedem Rennen herauszuholen. Manchmal sehen wir auch Teams, die strategische Entscheidungen treffen, wie etwa einen Fahrer, der sich in einer Rennsituation zurückhält, um dem Teamkollegen die Möglichkeit zu geben, eine bessere Platzierung zu erzielen und so die Punkte einzufahren. Die Rivalität zwischen den verschiedenen Teams und Fahrern sorgt für spannende Wettbewerbe auf der Strecke. In der Saison 2024, die mit vielen neuen Herausforderungen und Entwicklungen geprägt ist, werden die Strategien und der Punktesammelmechanismus noch intensiver gebrochen. Das Rennen um die konstruktiven Punkte verspricht, spannend zu bleiben, da Teams versuchen, sich durch strategische Boxenstops und außergewöhnliche Renntaktiken einen Vorteil zu verschaffen. Diese Dynamik prägt nicht nur die Einzelrennen, sondern hat auch Auswirkungen auf die langen Rennen und letztlich auf die gesamte Saison. So bleibt das Punktesammeln für die Teams eine der spannendsten und anspruchsvollsten Aufgaben in der Formel 1. Und die Maßnahmen, die sie ergreifen, um ihre Fahrer zum Sieg zu führen, sind von entscheidender Bedeutung für ihren Erfolg. Im internationalen Motorsport, insbesondere in der Formel 1, ist das Punktesystem von zentraler Bedeutung, wenn es um die Bewertung von Fahrern und Teams während der Saison geht. Die Punkteverteilung ist klar strukturiert und sorgt für einen spannenden Wettbewerb zwischen den verschiedenen Teams und Fahrern. Hierbei folgen die nach dem Standardsystem vergebenen Punkte einer festgelegten Hierarchie, die sich in den letzten Jahren bewährt hat. Nach diesem System erhält der Fahrer, der als erster die Ziellinie überquert, stolze 25 Punkte. Der Zweitplatzierte kann sich über 18 Punkte freuen, während der Fahrer, der den dritten Platz einnimmt, mit 15 Punkten belohnt wird. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Diese Punkteverteilung setzt sich bis zum zehnten fort, der mit einem Punkt in die Wertung eingeht. Diese Struktur bedeutet, dass die ersten Plätze beim Rennen von entscheidender Bedeutung sind. Der Sprung von Platz 3 auf Platz 2 kann für die Gesamtwertung enorm wichtig sein, denn die Punkte, die man für eine bessere Platzierung erhält, können den Unterschied ausmachen, ob ein Fahrer oder ein Team am Ende der Saison auf dem Podium steht oder nicht. Teams investieren daher enorme Ressourcen in die Entwicklung der Fahrzeuge und in die Optimierung der gesamten Rennausführung. Jedes Detail zählt, vom aerodynamischen Aufbau der Autos über die Strategie der Boxenstops bis hin zur Fahrtechnik der Piloten. Die Punktevergabe hat auch großen Einfluss auf die Strategie der Teams während eines Rennens. In einer Saison, in der es so viele Variablen gibt, wie wechselndes Wetter, unterschiedliche Streckenbedingungen oder unerwartete technische Probleme, müssen die Teams stets auf der Hut sein. Ein Fahrer, der in der Lage ist, seine Leistung konstant zu halten und oft in den Top 3 ins Ziel zu kommen, wird in der Regel die meisten Punkte sammeln. Daher setzen Teams auf eine Kombination aus Talent, strategischem Geschick und Teamarbeit, um im intensiven Wettbewerb der Formel 1 erfolgreich zu sein. Aber das System hat auch seine Herausforderungen. Fahrer, die in den Spitzenpositionen um Ruhm und Ehre kämpfen, sind oft hohen Drucksituationen ausgesetzt. Die Bedeutung der Platzierung wird zu einem Überlebenskampf, bei dem nicht nur Punkte gesammelt, sondern auch viel auf dem Spiel steht. Ein Fehler, sei es ein missratener Überholversuch, ein Kontakt mit einem anderen Fahrzeug oder gar ein technisches Versagen, kann schnell dazu führen, dass wertvolle Punkte verloren gehen. Der Text ist bereits auf Deutsch, aber hier ist eine leicht angepasste Version, die den gleichen Inhalt beibehält. Solche Momente prägen nicht nur den Verlauf eines Rennens, sondern auch die gesamte Saison. Darüber hinaus gibt es bei der Punkteverteilung auch eine dynamische Komponente. In der aktuellen Saison 2024 werden Diskussionen über mögliche Änderungen an diesem Standardsystem geführt, um den Wettbewerb noch spannender zu gestalten. Ob das Punktesystem in Zukunft angepasst wird, um mehr Punkte an die Plätze hinter den ersten drei zu vergeben, bleibt abzuwarten. Aktuelle Gespräche und Anträge seitens der Teamchefs und Formel 1 Verantwortlichen lassen darauf schließen, dass das Thema innerhalb der Formel 1-1-Gemeinschaft aktiv diskutiert wird. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Punktevergabe nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Konstrukteure von Bedeutung ist. Bei jeder Veranstaltung ist das Ziel der Teams nicht nur, ihre Fahrer zu unterstützen, sondern auch die maximale Punktzahl für die Konstrukteurswertung zu generieren. Eine bessere Teamleistung erhöht die Sichtbarkeit, sichert Sponsorenverträge und ermöglicht zukünftige Investitionen in die Technologien, die notwendig sind, um fortschrittliche Autos zu entwickeln. Letztlich bleibt die aktuelle Punkteverteilung ein essentielles Element der Formel 1, das sowohl den Fahrern als auch den Teams eine klare und transparente Bewertungsgrundlage bietet. In der schnelllebigen Welt des Motorsports ist es unerlässlich, diesen Rahmen zu verstehen, um die Dynamik der Rennen und die langfristigen Strategien der Teams umfassend zu erfassen. Die Saison 2024 verspricht daher spannende Wettkämpfe und unerwartete Wendungen, bei denen die Punkteverteilung eine Schlüsselrolle spielen wird. In der Welt der Formel 1 ist die Konstrukteurswertung ein zentrales Element, das den Gesamtstand der regulären Teams widerspiegelt. In der Saison 2024 nehmen alle zehn bestehenden Teams an dieser prestigeträchtigen Wertung teil, die sowohl für die Fahrergemeinschaft als auch für die Teammitglieder maßgeblich von Bedeutung ist. Die Konstrukteurswertung ermöglicht es, den Fortschritt und die Leistungen der Teams im Laufe der Saison transparent zu verfolgen, wobei jeder Grand Prix eine neue Möglichkeit bietet, Punkte zu sammeln und die eigene Position der Meisterschaft zu verbessern. Die Tatsache, dass sich alle zehn Teams am Wettbewerb beteiligen, unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit und den Innovationsgeist, der die Formel 1 auszeichnet. Jedes Team, egal ob etabliert oder neu auf dem Markt, hat die Chance, sich zu beweisen und seine technischen sowie fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Diese Teilnahme ist mehr als nur ein Wettbewerb um Punkte. Sie ist auch eine Demonstration von Ingenieurskunst, Teamarbeit und strategischem Denken. Die besten Konstrukteure kommen zusammen, um ihre Fahrzeuge zu optimieren und ihre Fahrer in die bestmögliche Position zu bringen, sodass sie auf dem Podium stehen können. Aktuell sehen wir, wie Teams wie Mercedes, Red Bull, Ferrari und McLaren in diesem harten Wettbewerb stechen. Doch auch Teams, die in den letzten Jahren als weniger wettbewerbsfähig galten, haben erhebliche Fortschritte gemacht. So kämpfen beispielsweise Teams wie Aston Martin und Alpine hartnäckig um wertvolle Punkte und präsentieren innovative Designs sowie überlegene Strategien, um in den Rennen erfolgreich zu sein. Die Konstrukteurswertung kann daher als ein Spiegelbild der aktuellen Form und Stärke der Teams angesehen werden. Sie zeigt, wer am besten vorbereitet ist, um die Herausforderungen der Saison zu meistern. Die Punktevergabe sieht vor, dass die Platzierungen der beiden Fahrer eines Teams in jedem Rennen addiert werden, was bedeutet, dass eine ständige Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Fahrern und dem Team notwendig ist. Jedes Team hat zwei Fahrer und während beide die Möglichkeit haben, einzelne Punkte zu sammeln, ist das Teamwork von entscheidender Bedeutung für den Gesamterfolg. Ein einzelner Fahrer kann durch technische Schwierigkeiten oder unerwartete Zwischenfälle in einem Rennen viele Punkte verlieren, wohingegen das andere Teammitglied an diesem Tag möglicherweise glänzt. Dies zeigt die Notwendigkeit, eine ausgewogene und strategische Fahrweise zu entwickeln, die es beiden Fahrern ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. In der Saison 2.24 wird das Interesse an den Teamleistungen besonders groß sein, da neue Regeländerungen und Technologien eine wichtige Rolle spielen. Themen wie nachhaltiger Motorsport und die Einführung neuer, umweltfreundlicher Technologien stehen im Mittelpunkt. Teams müssen sich nicht nur auf ihre Geschwindigkeit und Technik konzentrieren, sondern auch auf die Bewertung und Implementierung von Maßnahmen, die mit den neuen Umweltstandards übereinstimmen. Dies hat zu einem verstärkten Fokus auf Innovationen geführt, die nicht nur die Leistung der Fahrzeuge steigern, sondern auch langfristig zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks in der Formel 1 beitragen sollen. Die Konstrukteurswertung wird nicht nur durch die Punkte, die während der Rennen gesammelt werden, bestimmt, sondern auch durch den Teamgeist, das Engagement und die Fähigkeit, in schwierigen Situationen zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne ist die Teilnahme aller zehn Teams ein Zeichen für das robuste und vielfältige Ökosystem, das die Formel 1 darstellt. Jedes Team hat seine eigene Identität, seine eigenen Herausforderungen und Stärken, die dazu beitragen, die Dynamik in jeder Saison zu formen. Diese Vielfalt macht die Konstrukteurswertung zu einem der spannendsten Aspekte des gesamten Sports, da sie nicht nur Zahlen, sondern auch Geschichten über Triumph, Rückschläge und das unaufhörliche Streben nach Exzellenz erzählt. Insgesamt bleibt die Konstrukteurswertung ein entscheidendes Element der Formel 1, das es Teams ermöglicht, ihre Erfolge und Herausforderungen miteinander zu vergleichen und die Rennwelt gebannt zuzusehen, wie sich die Konkurrenz entfaltet. Die Leidenschaft, der Einsatz und die Hingabe, die jedes Team in diesen Wettbewerb steckt, sind nicht nur inspirierend, sondern sorgen auch für ein unvergleichliches Erlebnis für Motorsportfans auf der ganzen Welt. Die Saison 2024 verspricht spannenden Wettkampf und besonders interessante Entwicklungen durch die engagierten Teams, die um den Titel kämpfen werden. Die Saison der Formel 1 2024 ist mit insgesamt 22 Rennen einer der längsten und herausforderndsten Wettbewerbe in der Geschichte des Motorsports. Diese enorme Anzahl von Rennen schafft einen hohen Wettbewerbsdruck für die Teams, denn jeder Grand Prix ist nicht nur eine Chance, Punkte für die Konstrukteurswertung zu sammeln, sondern auch eine Möglichkeit, strategische und technische Fehler aufzuarbeiten und sich an die sich ständig verändernden Bedingungen anzupassen. Dabei ist die gesamte Motorsportgemeinschaft gefordert, vom Ingenieur bis zum Fahrer und jeder Aspekt des Teams wird auf Herz und Nieren geprüft. Der hohe Wettbewerbsdruck, der mit einer solch umfangreichen Saison einhergeht, erfordert von den Teams eine außergewöhnliche Vorbereitung und Anpassungsfähigkeit. Es reicht nicht aus, ein schnelles Auto zu haben. Teams müssen auch in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit auf technische Probleme zu reagieren, ihre Strategien während des Rennens anzupassen und sich mit den unterschiedlichen Streckenbedingungen und klimatischen Faktoren, die jedes Rennen mit sich bringt, auseinanderzusetzen. Jedes Rennen bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, sei es durch die Beschaffenheit der Strecke, das Wetter oder die jeweilige Renndynamik, die sich durch die Position der Fahrzeuge und die Taktiken der anderen Teams ergibt. Daher ist ein hohes Maß an Teamarbeit und Kommunikation erforderlich, um in einem derart harten Wettbewerb bestehen zu können. Die permanente Anspannung und der Druck, bei jedem einzelnen Rennen optimale Ergebnisse zu erzielen, können auch zu psychischen und physischen Belastungen führen. Das Leben eines Formel-1-Fahrers während der Saison ist geprägt von umfangreichen Reisearrangements, ständiger Medienteilhabe und intensivem Training, um in Topform zu bleiben. Die Fahrer müssen oft viel Zeit im Simulator verbringen, um sich an die verschiedenen Strecken, die sie bereisen, anzupassen und ihre Kenntnisse über die Gegebenheiten der einzelnen Rennstrecken zu vertiefen. Diese Anforderungen an Höchstleistungen sind nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Ingenieure und Techniker innerhalb des Teams von zentraler Bedeutung. Jedes Rennen erfordert auch eine detaillierte Analyse der vorhergehenden Veranstaltungen, um Schwächen zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen. Viele Teams nutzen umfangreiche Datenanalyse und Telemetrie, um nach jedem Rennen wertvolle Erkenntnisse zu sammeln, die ihnen helfen, ihre Autos für kommende Rennen zu optimieren. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Diese kontinuierliche Verbesserung ist entscheidend, um in einem Umfeld, in dem der Wettbewerb ständig zunimmt, relevant zu bleiben. Da Technologie und Innovation in der Formel 1 eng miteinander verknüpft sind, ist es für die Teams nicht nur wichtig, die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern, sondern auch vorausschauend zu denken und geplante Entwicklungen in den nächsten Rennen zu implementieren. Bei 22 Rennen in einer Saison müssen die Teams auch eine Vielzahl von logistischen Aspekten beachten. Die Logistik für die Reisen von Fahrzeugen, Ersatzteilen und dem gesamten Team ist eine immense Herausforderung. Während die Teams von einem Land zum anderen reisen, um sich auf das nächste Rennen vorzubereiten, müssen sie sicherstellen, dass jedes Teil pünktlich und in einwandfreiem Zustand ankommt. Dies erfordert eine gründliche Planung und Koordination, um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Die Belastung durch diese häufigen Reisen und die Notwendigkeit, sich schnell an neue Umgebungen und Zeitpläne anzupassen, kann sowohl körperlich als auch geistig herausfordernd sein. Zusätzlich zu den logistischen und technischen Herausforderungen sind die Rennen selbst von enormem Druck begleitet, da Punkte für die Konstrukteurswertung und Fahrerwertung auf dem Spiel stehen. Ein einziger Fehler oder ein unglückliches Ereignis kann nicht nur die Chancen eines Fahrers, auf dem Podium zu stehen, beeinträchtigen, sondern auch die gesamte Teamstrategie in Frage stellen. Dies führt zu einem konstanten Druck, der sowohl die mentale Stärke der Fahrer als auch die Effizienz und Zielstrebigkeit der gesamten Crew auf die Probe stellt. Letztlich ist die Saison 2024 mit ihren 22 Rennen ein aufregendes Spektakel, das sowohl die mechanischen als auch die menschlichen Fähigkeiten der Beteiligten in den Vordergrund stellt. Jedes Team muss kreativ und anpassungsfähig sein und gleichzeitig einen klaren Kopf bewahren, um in diesem hochdynamischen Umfeld den maximalen Erfolg zu erzielen. Der hohe Wettbewerbsdruck ist sowohl ein Antrieb für Innovation und Exzellenz als auch eine ständige Herausforderung, die die Attraktivität und die Intensität der Formel 1 erhöht. Fans auf der ganzen Welt verfolgen gespannt, wie sich diese heldenhaften Anstrengungen im Laufe der Saison entfalten werden. In der Welt der Formel 1 hat die Technologie der Fahrzeuge eine maßgebliche Bedeutung für die Leistung der Teams und damit auch für die Punkte, die sie im Verlauf der Saison sammeln. In einer Sportart, in der 100 Stellsekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden, sind technologische Raffinesse und Innovationskraft unerlässlich. Jedes Team investiert Millionen in Forschung und Entwicklung, um wettbewerbsfähige Autos zu konstruieren, die nicht nur schnell sind, sondern auch über eine bemerkenswerte Zuverlässigkeit verfügen. Ein zentrales Element, das die Leistung eines Rennwagens beeinflusst, ist der Antriebsstrang. Die Hybridtechnologie hat in den letzten Jahren enormen Einfluss auf die Formel 1 gehabt und stellt sicher, dass die Fahrzeuge sowohl kraftvoll als auch effizient sind. Die Integration von Elektromotoren, die die Verfügbarkeit von zusätzlichem Drehmoment sicherstellen, gewährleistet, dass die Autos in der Lage sind, maximale Leistung bei gleichzeitig optimierter Kraftstoffeffizienz zu liefern. Die kontinuierliche Entwicklung in diesem Bereich ist entscheidend, da die Teams ständig nach Möglichkeiten suchen, ihre Energieverwaltung zu optimieren und so die Leistung über die gesamte Renndistanz hinweg zu maximieren. Darüber hinaus spielt das Chassis eine entscheidende Rolle. Aerodynamik ist ein weiteres Schlüsselelement, das den Erfolg eines Fahrzeugs in der Formel 1 maßgeblich beeinflusst. Durch die Optimierung von Flügeldesign, Unterboden und weiteren aerodynamischen Bauteilen können Teams den Luftwiderstand verringern und gleichzeitig den Abtrieb erhöhen, was dem Fahrzeug eine stabilere Fahrdynamik und höhere Kurvengeschwindigkeiten verleiht. Teams investieren in umfangreiche Windkanaltests und Computersimulationen, um das bestmögliche Design zu entwickeln, das nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Manövrierfähigkeit des Autos verbessert. Ein zunehmend wichtigerer Faktor in der heutigen Formel 1 ist die Datentechnologie. Die Verwendung von Sensoren, die in jedem Fahrzeug installiert sind, ermöglicht eine umfangreiche Datenerfassung während der gesamten Renndauer. Die Telemetriedaten geben den Ingenieuren in Echtzeitaufschluss über die Leistung des Fahrzeugs, vom Reifendruck über die Motortemperatur bis hin zur Antriebskraft und ermöglichen es dem Team, strategische Entscheidungen anzupassen. Diese Technologien haben die Art und Weise, wie Rennen gefahren werden, revolutioniert und ermöglichen eine ganz neue Herangehensweise an Rennstrategien und Anpassungen. Ein weiteres bemerkenswertes technologisches Element ist das Reifenmanagement. Die Reifen spielen eine entscheidende Rolle für die Fahrzeugleistung und eine bestimmte Strategie im Rennen. Jedes Team muss sicherstellen, dass es die richtigen Reifen zur richtigen Zeit auswählt und die Reifenstrategie optimal plant. Faktoren wie Wetterbedingungen, Streckentemperaturen und die Abnutzung der Reifen müssen ständig überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Fahrer die bestmögliche Leistung auf den unterschiedlichen Strecken abrufen können. Die richtigen Entscheidungen in diesem Bereich können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Die Rolle der Technologie erstreckt sich auch auf den Sicherheitsbereich. Die Formel 1 hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte in Bezug auf die Sicherheitsstandards und Technologien gemacht, sowohl für die Fahrzeuge als auch für die Rennstrecken. Innovative Materialien, die verwendet werden, um die Fahrer vor Verletzungen zu schützen, sowie Systeme wie das Halo-Gerät, das Kopfverletzungen verhindern soll, sind nur einige Beispiele dafür, wie wichtig Sicherheit in dieser Sportart ist. Diese technologischen Entwicklungen sind nicht nur für den Schutz der Fahrer von Bedeutung, sondern tragen auch dazu bei, das gesamte Rennen sicher zu gestalten und lange Unterbrechungen zu vermeiden. In der aktuellen Saison 2024 ist die Technologie der Fahrzeuge und die Innovationskraft der Teams entscheidend, um in der Konstrukteurswertung konkurrenzfähig zu bleiben. Mit einer Vielzahl von hochentwickelten Fahrzeugen, die um die Pole Position und den Sieg kämpfen, beobachten sowohl die Fans als auch die Expertengemeinde, wie sich die verschiedenen Technologien im Laufe der Saison weiterentwickeln. Teams wie Mercedes, Red Bull und Ferrari haben in der Vergangenheit ihre Führungsposition genutzt, um technologische Spitzenleistungen zu demonstrieren, während andere Teams versuchen aufzuholen. Dieses Wettrüsten auf technologischem Gebiet macht die Formel 1 zu einem faszinierenden und spannenden Wettbewerb, in dem nicht nur Fahrertalent, sondern auch Ingenieurskunst entscheidend ist. Insgesamt zeigt sich, dass Technologie, Fahrzeuge und deren Entwicklung unerlässlich für den Erfolg in der Formel 1 sind. Die Teams stehen unter dem ständigen Druck, innovative Lösungen zu finden, um nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kombination aus Ingenieurskunst, strategischem Denken und fahrerischem Können wird mit jeder Saison entscheidender, wobei jede technische Innovation das Potenzial hat, den Verlauf von Rennen und den Ausgang der gesamten Meisterschaft nachhaltig zu beeinflussen. Der Wettbewerb zwischen den großen Teams in der Formel 1, insbesondere zwischen Mercedes, Red Bull und Ferrari, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Intensität erreicht. Diese drei Marken sind nicht nur gefestigte Größen im Motorsport, sondern auch Synonyme für unterschiedliche Ingenieureffizienz und sportlichen Ehrgeiz. Die Rivalität, die sich aus ihrem Streben nach dem Titel ergibt, hat die Meisterschaft in ihren zahlreichen Facetten geprägt und zu spektakulären Rennen geführt, die die Fans in den Bann ziehen. Mercedes hat sich in der jüngeren Vergangenheit als dominierende Kraft in der Formel 1 etabliert. Die Kombination aus technischem Know-how und herausragendem Fahrerkader hat es dem Team ermöglicht, eine beeindruckende Anzahl von Weltmeisterschaften zu sammeln. Die Entwicklung des W08 und W09 Modells in den letzten Jahren, welches einen dominanten Vorteil durch seine Hybridtechnologie errang, ist ein Beispiel für die Innovationskraft von Mercedes. Diese Autos haben das Team nicht nur zum Titel gebracht, sie haben auch Maßstäbe gesetzt, was Performance und Zuverlässigkeit betrifft. Im Gegensatz dazu hat Red Bull Racing, angeführt von dem genialen Teamchef Christian Horner und dem berüchtigten Ingenieurenpaar Adrian Newey, immer wieder bewiesen, dass sie die Fähigkeit besitzen, innovative Designs und Strategien zu entwickeln. Nach einigen Jahren der Durststrecke hat Red Bull in der aktuellen Saison 2024 wieder an Schwung gewonnen und zeigt sich als ernstzunehmender Herausforderer. Der aufstrebende Star Max Verstappen hat nicht nur beeindruckende Fähigkeiten auf der Strecke, sondern auch die Fähigkeit, den Druck standzuhalten, der mit dem Fahren eines Red Bull-Wagens einhergeht. Die aufregenden Duelle zwischen Verstappen und den Mercedes-Fahrern in den letzten Rennen haben Motor- und Rennsport-Enthusiasten gleichermaßen gefesselt. Ferrari, der traditionsreichste Hersteller in der Formel 1, hat ebenfalls eine lange Geschichte des Erfolgs, die jedoch auch mit Rückschlägen und Herausforderungen gepflastert ist. Die Scuderia, die für ihr charakteristisches rotes Fahrzeug bekannt ist, hat in den letzten Jahren einen Wandel vollzogen, um wieder ganz oben mitzufahren. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Mit talentierten Fahrern wie Charles Leclerc und Carlos Sainz im Cockpit hat Ferrari das Potenzial, um den Titel zu kämpfen. In dieser Saison zeigen sie einen vielversprechenden Aufschwung, der die Hoffnungen ihrer treuen Fangemeinde schürt. Die strategischen Entscheidungen der Ingenieure und die Zusammenarbeit zwischen Fahrern und Team haben sich als entscheidend erwiesen, um sich im intensiven Wettbewerb mit Mercedes und Red Bull zu behaupten. Der Wettbewerbsdruck in der Formel 1 ist aber nicht nur auf den Rennen selbst spürbar, sondern zeigt sich auch in der technologischen Entwicklung und den Strategien, die jedes Team verfolgt. Teams greifen auf tiefgreifende Analysen und Simulationswerkzeuge zurück, um ihre Fahrzeuge zu optimieren und Fehler zu minimieren. Die Entscheidungen, wann die Reifen gewechselt werden, ob die Aerodynamik justiert werden muss oder wie der Antriebsstrang angepasst wird, können den Ausgang eines Rennens maßgeblich beeinflussen. Diese dynamische Erklärung und kontinuierliche Anpassung an die Herausforderungen des Motorsports sind das Herzstück einer erfolgreichen Formelsaison. Zusätzlich zu den technischen Aspekten bringt die Rivalität zwischen Mercedes, Red Bull und Ferrari auch eine emotionale Komponente ins Spiel. Die intensiven Kämpfe auf der Strecke lösen bei den Fahrern, Teams und Fans leidenschaftliche Reaktionen aus. Die leidenschaftlichen Österreich-gegen-Deutschland-Duelle zwischen Verstappen und Hamilton sind legendär geworden und sorgen für Spannung und Nervenkitzel, die die Fans schon lange in ihren Bann ziehen. Die sozialen Medien bieten eine Plattform, auf der diese Rivalität bis ins kleinste Detail verfolgt werden kann. Während Live-Übertragungen die Rennen für Millionen von Zuschauern weltweit zugänglich machen. Die Dynamik zwischen diesen großen Namen im Motorsport hat die Formel 1 auch in den letzten Jahren wesentlich verändert. Der Wettbewerb zieht nicht nur interessierte Zuschauer an, sondern bringt auch die besten Talente und Ressourcen in die Sportart. Jedes der Teams setzt auf eine Kombination aus Fahrerkader-Vorstellungen, Ingenieurexpertise und strategischen Partnerschaften, um nicht nur in der laufenden Saison, sondern auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wettbewerb zwischen Mercedes, Red Bull und Ferrari das Herzstück des aktuellen Formel 1-Geschehens ist. Die rasante Entwicklung der Technologie, das Streben nach sportlichem Erfolg und die unermüdliche Suche nach Perfektion machen diesen Wettbewerb so spannend und faszinierend. Die Fans dürfen sich auch in der kommenden Saison auf packende Duelle, strategische Meisterleistungen und aufregende Rennen freuen, die die Grenzen des Möglichen immer wieder neu definieren werden. Der Glanz und die Herausforderung des Rennsports ziehen nicht nur die besten Athleten der Welt an, sondern auch Menschen, die die Faszination des Wettbewerbs und die Ingenieurskunst der Formel 1 bewundern. Neue Regulierungen und technische Änderungen spielen in der Formel 1 eine entscheidende Rolle, da sie die Dynamik der Wertung erheblich beeinflussen können. Insbesondere die Saison 2024 steht im Zeichen wichtiger Regeländerungen, die das Wettbewerbsumfeld und die Strategien der Teams drastisch verändern könnten. Die FIA, der Weltverband des Motorsports, implementiert kontinuierlich neue Vorschriften, um nicht nur die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten, sondern auch die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern und den Spannungsbogen für die Zuschauer aufrechtzuerhalten. Diese Veränderungen beeinflussen die bereits komplexe Beziehung zwischen Technologie, Fahrern und Teamstrategien. Ein zentrales Element der neuen Regulierung betrifft die Aerodynamik der Fahrzeuge. Im Zuge der Bemühungen um ein engeres und aufregenderes Renngerät könnten Anpassungen am Design der Front- und Heckflügel vorgenommen werden. Diese Änderungen zielen darauf ab, den Luftstrom zu optimieren und gleichzeitig die Überholmanöver zu erleichtern. Wenn Teams in der Lage sind, die Fahrzeugabtriebskraft zu reduzieren, während sie gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen, könnten wir eine Evolution in der Art und Weise sehen, wie die Rennen ablaufen. In der Vergangenheit hat eine übermäßige Abtriebskraft oft dazu geführt, dass die Fahrzeuge an Grip verloren haben, wenn sie in den Windschatten eines anderen Fahrzeugs fuhren, was Überholmanöver erschwert hat. Solche Änderungen könnten dazu führen, dass Teams kreativ werden müssen, um ihre Strategien zu überdenken und ganz neue Ansätze zum Fahrzeugtuning und zur Rennstrategie zu entwickeln. Die Änderungen in den technischen Vorschriften sind zudem nicht nur auf die Aerodynamik beschränkt. In dieser Saison gibt es auch neue Richtlinien in Bezug auf den Antriebsstrang, insbesondere in Bezug auf den Einsatz der Hybridtechnologie. Die Formel 1 ist bereits seit vielen Jahren in der Welt des Motorsports Vorreiter in der Entwicklung von Hybridantrieben und die neuen Regulierungen werden wahrscheinlich den Fokus auf höhere Effizienz und geringere Emissionen weiter verstärken. Dies bedeutet, dass Teams ihre Strategien im Hinblick auf die Nutzung von Energie in jedem Rennen anpassen müssen, um die Leistung ihres Fahrzeugs zu optimieren. Hierbei spielt das Energy Recovery System, ARS, eine entscheidende Rolle, da es den Teams ermöglicht, die beim Bremsen erzeugte Energie in Geschwindigkeit umzuwandeln. Die Herausforderung wird darin bestehen, das ideale Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz zu finden. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Einführung von Veggie-Tober-Grenzen, die ein zentrales Thema in den vergangenen Jahren waren. Diese Vorschriften zielen darauf ab, die Wettbewerbsbedingungen zu harmonisieren, indem vermieden wird, dass Teams mit größerem finanziellen Spielraum übermäßige Vorteile erzielen. Diese Änderungen haben die Teams gezwungen, ihre Ressourcen strategisch zu nutzen und kreative Lösungen für die technischen Herausforderungen zu finden, vor denen sie stehen. Insbesondere kleinere Teams haben nun die Möglichkeit, durch intelligente Investitionen in Technologie, Personal und Entwicklung wettbewerbsfähig zu bleiben, was die gesamte Wertung und die Dynamik der Meisterschaft beeinflusst. Sicherlich müssen Teams auch mit den neuen Regelungen umgehen, die sich auf die Reifenstrategie auswirken. Der strategische Einsatz von Reifen, insbesondere bei wechselnden Wetterbedingungen oder in Bezug auf unterschiedliche Streckenbedingungen, ist ein fundamentaler Aspekt der Rennstrategie. Die neuen Vorschriften könnten darauf abzielen, die Reifenwechsel zu vereinfachen oder sogar zu regulieren, was die Taktik der Teamchefs erheblich beeinflussen würde. Der richtige Zeitpunkt für einen Boxenstopp kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und wenn Teams sich auf neue Reifentechnologien einstellen müssen, um ihre Strategie abzuleiten, wird das den Wettbewerb zusätzlich anheizen. Die Einführung neuer Regulierungen und technischer Änderungen schafft ein sich ständig veränderndes Terrain in der Formel 1. Das Teams zwingt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Diese Anpassungsfähigkeit wird zur Kernkompetenz eines jeden erfolgreichen Teams. Ingenieure, Techniker und Strategen arbeiten unermüdlich daran, die besten Lösungen zu finden, um das Potenzial ihrer Fahrzeuge zu maximieren, während die Fahrer in der Lage sein müssen, ihre Strategien im Laufe des Rennens anzupassen. Dies alles führt zu einer sehr spannenden und herausfordernden Umgebung, die sowohl Teams als auch Fahrer unter Druck setzt, sich ständig zu verbessern und ihre Grenzen zu überschreiten. Ein Blick auf die kommenden Rennen zeigt, dass die bereits bestehenden Rivalitäten zwischen den großen Teams wie Mercedes, Red Bull und Ferrari mit den neuen Regulierungen nur intensiver werden. Die Möglichkeit, dass das eine Team besser auf die neuen Vorschriften reagiert als ein anderes, könnte die Wertung zusehends beeinflussen. Während die Technologie und die Ingenieurskunst von Jahr zu Jahr raffinierter werden, bleibt die Formel 1 ein faszinierendes Experimentierfeld, auf dem Regeländerungen die Spielregeln ganz neu definieren können. Fans und Experten nehmen diese Dynamik wahr und beobachten aufmerksam, wie sich die aktuelle Meisterschaft entfaltet. Es bleibt spannend zu sehen, welchen Einfluss diese neuen Regulierungen auf die Performance der Teams und letztlich auf die gesamte Wertung haben werden. In der Welt der Formel 1 spielen Sponsoren und finanzielle Aspekte eine extrem wichtige Rolle, die eng mit der Position eines Teams in der Konstrukteurswertung verknüpft ist. Die Konstrukteurswertung ist nicht nur eine einfache Punkteverteilung auf der Grundlage der Rennplatzierungen. Sie fungiert als ein entscheidender Indikator für den Erfolg eines Teams, der direkt die Attraktivität für Sponsoren und damit die finanziellen Möglichkeiten beeinflusst. Ein besserer Platz in der Konstrukteurswertung zieht nicht nur mehr Aufmerksamkeit auf sich, sondern trägt auch dazu bei, die Verhandlungen mit potenziellen Sponsoren zu erleichtern und deutlich bessere finanzielle Mittel zu sichern. Zunächst einmal ist die Sichtbarkeit eines Teams während der Rennen enorm entscheidend. Teams, die regelmäßig auf dem Podium stehen oder gar die Dominanz im Wettbewerb zeigen, erzeugen eine größere Medienpräsenz. Diese Sichtbarkeit ist für Sponsoren äußerst wertvoll, da sie durch die Platzierung ihrer Logos auf den Fahrzeugen und der Teamkleidung eine breite Öffentlichkeit erreichen. Angesichts der globalen Reichweite der Formel 1, die Millionen von Zuschauern aus aller Welt anzieht, stellt sich die Frage, wie ein Sponsor seinen Markennamen optimal inszenieren kann. Ein Team, das im oberen Drittel der Konstrukteurswertung steht, bietet daher eine attraktivere Plattform für Sponsoren, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Dieses Team wird häufiger im Fernsehen gezeigt, erhält mehr Berichterstattung in den sozialen Medien und profitiert von der allgemeinen Euphorie, die mit Erfolgen einhergeht. Daher sind Teams, die im Wettbewerb um die besten Platzierungen kämpfen, in einer stärkeren Verhandlungsposition und können von Sponsoren höhere Beträge verlangen. Zudem ist der Fertigungsprozess und die technische Entwicklung in der Formel 1 extrem kostspielig. Ein Team ohne solide finanzielle Unterstützung wird Schwierigkeiten haben, in der vorderen Gruppe mitzuhalten. Dies zeigt sich besonders in der Entwicklung von Technologien, die für den Wettbewerb unerlässlich sind. Die Konstruktion und Erprobung von Fahrzeugen erfordert enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung. Hier sind Sponsoren gefragt, die durch langfristige Investitionsprogramme Unterstützung leisten können. Sobald ein Team erfolgreich wirtschaftet und eine starke Platzierung in der Konstrukteurswertung erzielt, wird es in der Lage sein, die Mittel, die es von Sponsoren erhält, klug zu reinvestieren. Diese Investitionen können dann genutzt werden, um bessere Ressourcen zu erwerben, talentiertere Ingenieure oder Fahrer zu engagieren und letztlich die Fahrzeugleistung zu steigern, was wiederum zu besseren Platzierungen in den Rennen führt. Ein weiterer Aspekt, der die Beziehung zwischen finanziellen Aspekten und der Konstrukteurswertung verstärkt, ist die potenzielle Einnahme aus Preisgeldern. Formel 1 hat klare Strukturen, die das Preisgeld auf der Grundlage der Endplatzierung in der Konstrukteurswertung verteilen. Die obersten Plätze generieren signifikante Einnahmen, während die Plätze weiter unten in der Wertung entsprechend weniger finanzielle Mittel erhalten. Dies schafft eine Art Wettlauf, bei dem Teams, die erfolgreich sind, nicht nur von ihren direkten Sponsoren profitieren, sondern auch von einer erhöhten Einkommensquelle aus den Preisgeldern. In jedem Jahr wird das Geld, das für die Teams zur Verfügung steht, anhand ihrer Leistung im vorherigen Jahr verteilt, was einen starken Anreiz ergibt, in der Wertung so hoch wie möglich abzuschneiden. Die Teams stehen somit unter Druck, sich fortlaufend zu verbessern und erfolgreiche Strategien zu entwickeln, um ihrer finanziellen Basis einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. In einer sportlich so umkämpften Umgebung profitieren die Teams auch von Partnern und Sponsoren, die sich auf verschiedene Einflüsse konzentrieren, wobei viele ihrer Zielgruppen an die Sportart und ihre Entwicklung gebunden sind. Ein Team, das in der Konstrukteurswertung nach hinten fällt, kann schnell in eine Abwärtsspirale geraten, die sowohl die Attraktivität für Sponsoren verringert, als auch das Vertrauen der bestehenden Partner auf die Probe stellt. Im Gegenzug können sich Teams, die aufgrund ihrer Leistung nicht im Vordergrund bewegen, dazu gezwungen sehen, ihre Unternehmensstrategie zu überdenken, Partnerschaften aufzugeben oder letztlich sogar im Extremfall ihre Teilnahme an der Serie infrage zu stellen. Die Herausforderung für Teams besteht darin, eine solide Grundlage für sich zu schaffen, um sich im Haifisch-artigen Web der Formel 1 zu behaupten. Ein gutes Management und die Fähigkeit, Beziehungen zu Sponsoren strategisch zu navigieren, können entscheidend dafür sein, wie erfolgreich ein Team nicht nur auf der Strecke ist, sondern auch in der Finanzwelt. Teams müssen sicherstellen, dass sie nicht nur für sich selbst werben, sondern auch das Sponsoring als eine langfristige Partnerschaft sehen, die auf einem gemeinsamen Ziel basiert. Gemeinsamen Erfolg zu erreichen und das Team auf und neben der Strecke zu fördern. Solche Überlegungen verdeutlichen, wie zentral Sponsoren und finanzielle Aspekte für den Erfolg der Teams sind. Insgesamt ist die enge Verknüpfung von Sponsoren und der Konstrukteurswertung ein kritisches Spannungsfeld im internationalen Motorsport. Teams müssen gleichermaßen technologische und strategische Entscheidungen treffen, um die Sichtbarkeit und damit die finanziellen Mittel zu maximieren, während sie sich im hektischen und wettbewerbsintensiven Feld der Formel 1 bewegen. Die Konstrukteurswertung hat einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung neuer Fahrzeuge für zukünftige Saisons in der Formel 1. Sie ist nicht nur ein Maßstab für den Erfolg der Teams in der aktuellen Saison, sondern auch ein entscheidender Faktor, der die strategische Ausrichtung und die technologischen Investitionen der Teams bestimmt. Da die Konstrukteurswertung in dem Maße, wie ein Team ab der ersten Saisonhalbzeit an Leistung und Platzierungen gewinnt, auch die finanziellen Mittel beeinflusst, die für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehen, ist die Wertung ein zentrales Element in einem ständigen Kreislauf von Erfolg und Misserfolg. Teams, die am Ende einer Saison hoch in der Konstrukteurswertung platziert sind, erhalten nicht nur einen größeren Anteil an den Preisgeldern, sondern genießen auch einen besseren Zugang zu Sponsoren und Partnerschaften, die bereit sind, in ein erfolgreiches Team zu investieren. Dieser Text ist bereits auf Deutsch. Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie gern ändern oder hinzufügen möchten? Teams, die in der Wertung hinterherhinken, stehen unter Druck, ihre Technologie schnell zu verbessern, um im Rennen mitzuhalten. Dies kann zu hektischen Entwicklungen führen, in denen kurzfristige Lösungen und Anpassungen erforderlich sind, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Das Team muss sicherstellen, dass das neue Auto sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Zuverlässigkeit besser ist als das Vorgängermodell. Eine strategische Planung ist daher unerlässlich, wobei viele Teams bereits frühzeitig in der aktuellen Saison mit den Arbeiten an den Autos für die kommende Saison beginnen. Oft geschieht dies parallel zur laufenden Saison. Ein beachtlicher Balanceakt, da Ressourcen und Ingenieurkapazitäten optimal zugeteilt werden müssen. Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge spielen zudem die technischen Regulierungen eine zentrale Rolle. Die Formel 1 unterliegt ständig wechselnden Regelwerken und technischen Vorschriften, die von der FIA, dem Internationalen Automobilverband, erlassen werden. Diese Regulierungen betreffen diverse Aspekte der Fahrzeugtechnik, von der Aerodynamik über die Powerunits bis hin zu Sicherheitsstandards und Materialien. Die Kluft zwischen dem, was der Markt und die Fans von einem neuen F1-Auto erwarten und dem, was möglich ist, wird durch die Konstrukteurswertung beeinflusst, die den Teams die finanzielle Grundlage liefert, um innovativ zu sein. Teams, die erfolgreich sind, können Forschungsteams und Ingenieure beschäftigen, die an vorderster Front der Technologieentwicklung stehen. Um die bestehenden Regulierungen optimal auszuschöpfen und eventuell auch kreative Lösungen zu entwickeln, die im Rahmen dieser Regelungen technisch machbar sind. Ein klarer Vorteil der Führenden in der Konstrukteurswertung ist ihre Fähigkeit, die besten Talente zu gewinnen. Die großen Teams sind für talentierte Ingenieure und Designer äußerst attraktiv. Es ist nicht nur das Prestige eines Teams, das dazu einlädt, die Besten der Branche zu beschäftigen, sondern auch die Aussicht auf effektive Ressourcen, die den Ingenieuren Gestaltungsfreiheit geben, um das Auto schneller zu machen. Diese Talente sind entscheidend, um innovative technische Lösungen zu entwickeln, die für den Wettbewerb unverzichtbar sind. Und sie werden in Teams, die in der Konstrukteurswertung oben stehen, in einer weit überlegenen Position gefunden. Teams in der Peripherie der Wertung müssen oft ihre Bemühungen koordinieren, um diese Talente zu gewinnen und gleichzeitig die eigene Ingenieurskapazität auf ein Niveau zu bringen, das wettbewerbsfähig ist. Somit ist die Konstrukteurswertung nicht nur ein Zahlenwert oder ein einfaches Ranking, sondern eine Dynamik, die die Richtung der Entwicklung neuer Fahrzeuge erheblich beeinflusst. Der Zyklus von Erfolg, finanzieller Unterstützung und technologischen Fortschritten ist eine komplexe Wechselwirkung, die für die Teams überlebenswichtig ist. Teams, die eine klare Strategie anstreben, die auf einer soliden Performance in der Konstrukteurswertung basiert, können sich auf eine aufregende Zukunft des Wettbewerbs vorbereiten, während Teams, die schwächeln, Gefahr laufen, in einer sich ständig weiterentwickelnden und hochgradig kompetitiven Umgebung ins Hintertreffen zu geraten. Die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs zu einem wettbewerbsfähigen Modell wird zunehmend zur Herausforderung, die von der Leistung der letzten Saisons und der Position in der Konstrukteurswertung abhängt, was bedeutet, dass der Blick auf die nächste Saison schon der aktuelle Erfolg sein könnte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020